So, hier sind wir wieder. HR3 Club Night, Geburtstagsparty, drei Jahre live aus der Franziusstraße 20 hier am Main. Wunderschön gelegen, eine Warehouse-Party. Wir werden gleich umschalten von der einen Disco in die andere. Vorher aber noch eine kleine Anekdote. In einem Magazin für Dance-Musik war ein Überblick über verschiedene Radiosender, die Dance-Shows haben. Und da war eine spezielle Abteilung natürlich über die HR3 Club Night, sozusagen die Mutter von allen. Und da stand, dass die Leute, die nicht im Sendegebiet wohnen, sogar extra mit ihren Autos auf Raststätten fahren, die Anlagen im Auto laut aufdrehen und dann dort ihre Party feiern auf den Raststätten. Also ein schöneres Kompliment gibt es eigentlich gar nicht für die HR3 Club Night. Deswegen in dem Sinne geht es weiter. Wir schalten jetzt rüber zu Thorsten Fenslau in der etwas härteren Disco. Und diesmal live aus Frankfurt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Alma de Mallorca. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 HR3 Clubnight. Thorsten Fenzlau war das aus der Technohalle. Ihr müsst euch das so vorstellen, es ist eine leere Halle, ziemlich groß, passen bestimmt 2000 Leute rein. Und die sind auch drin und oben drüber ein Wahnsinnslicht. Laser und Stroboskope und bewegliche Scheinwerfer. Es ist wirklich eine ganz tolle Atmosphäre. Natürlich auch viel Nebel, gehört bei Techno ja auch dazu. 23.30 Uhr, HR3 Radio Service. Zurzeit liegen uns keine Meldungen über Verkehrsstörungen vor. Dschungball. Dschungball. Hallo. Dschungball. Bis zum nächsten Mal. 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 Er macht sein.